Xing Events kennen wir seit vielen Jahren, aber was Xing Regionalgruppe Köln macht, das ist immer speziell. Und heute hier in diesem Garten eben Industrial war ich echt überrascht. Eine neue Location, die man sich merken muss und der Service dazu ist eh immer gut. Ja, genau da hat er recht. Events als Grundlage für Networking, genau das Richtige. Mein Name ist Martin Müller, ich mache seit mehr als 16 Jahren Xing Networking Events in Köln. Allerdings, die Veranstaltungen sind natürlich auch relevant für Speaker, für Gastgeber, für Referenten, die dadurch ihre Kompetenz zeigen wollen. Und natürlich Punkt 1, die Location ist ganz wichtig, aber die Location haben alle. Das ist eine Grundvoraussetzung, der Gast muss sich wohlfühlen. Der Punkt 2 ist meines Erachtens viel wichtiger. Es geht darum, dass die richtigen Kontakte auf die Veranstaltung kommen. Und dafür bin ich Ihr Mann, ich bringe Sie mit den richtigen Leuten zusammen. Denn mein Netzwerk von mehr als 30.000 qualifizierten Kontakten kann dazu beitragen, dass Sie auf Ihrer Veranstaltung genau die richtigen Entscheider treffen. Denn es geht ums Verknüpfen, es geht um Punkt 3, dass man sich auf und vor allem auch nach der Veranstaltung verknüpft und ins Geschäft kommt. Mein Name ist Martin Müller und gern stehe ich Ihnen da mit meiner kompletten Kompetenz zur Verfügung als Mr. Matching.